Gibt's hier irgendwas? Ja, ein Item gibt's hier. Wow, nur eine Rakete, super. Aber, ich will ja alles einsammeln, was es hier nur gibt. Gibt's hier sonst nix? Ne, Tatsache. Ja, danke, einst dieser Krebs hast du's sehr gut gemacht. Du bist ja richtig fantastisch. Ja, und ich lauf voll in den Fisch rein, super. Oh, hier gibt's hier große und starke Fische. So, ja, so muss es laufen. Wow, jetzt bin ich da unten, hallo. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, nach links oder nach rechts. Na, der Darnraum, der sieht lecker aus. Mal gucken, ob wir überhaupt nach rechts gehen können. Ja, danke. Ja. Na, das sieht ja hier überhaupt nicht verdächtig aus. Das ist doch. Aha, und wieder eine Rakete. Super. Okay, ja, das war's schon. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal doch hier lang. Oh, ihr. Ihr seht aus wie Dreadnoy. Oder wie der heißt. Bei Super Metroid. Ihr eine Endboss. Der sieht genau so aus. Und natürlich können wir auch da nur den Bauch angreifen. Ja. Das sind ganz kleine Drag Noise. Oder wie der heißt. Ja, ich könnte jetzt nachgucken im Spieleberater von Super Metroid, aber nein. Das machen wir nicht. Jetzt zumindest noch nicht. Hihi. Okay, da ist eine rote Tür. Oder müssen wir doch erst nach links? Unten? Oder muss ich jetzt hier irgendwo eine Powerbombe aktivieren? Das kann auch sein. Oder geht's hier irgendwo weiter? Na ja. Dann nehme ich doch mal stark an, dass wir doch erstmal nach links gehen müssen. Okay. Okay. Dann gehen wir halt nach links. Ist auch schön. So. Ah, so muss es laufen. Aber nicht, dass ich jetzt in den Gegnern reingehe. Das, so nicht. So haben wir nicht gewettet, sagen wir es. Okay. Kann ich hier auch wieder nach unten? Nee, nach oben geht's da. Okay. Ach, wie süß. Kann ich euch mit der Powerbombe attackieren? Ja. Sehr gut. Ja, gehen wir jetzt mal nach rechts. Und hier gibt's ein Item. Das war schon eine sehr gute Entscheidung. So. Dann nach links gibt's da vielleicht auch noch ein Item. das wäre sehr cool. Ach ne, ich mach euch mit der Powerbombe platt. Ist viel angenehmer. Das sieht da oben so nett aus. Ich aktiviere nochmal eine Powerbombe. Nee, okay. Oder hier nochmal. Ja, wir haben ja genug Powerbomben. Ah, hier geht's auch noch weiter nach unten. Oh weh, oh weh, oh weh. Hier ist schon wieder ein Tunnelsystem. Das gefällt mir gar nicht. Und wir sind wieder in unkartografierte Bereiche. Das ist doch toll. Ähm, wo geht's denn jetzt hier weiter? Spiel, willst du mir hier versagen oder nicht? Ne, anscheinend nicht. Oder muss ich von unten kommen? Das kann auch sein. Hallo, spring doch aus. Oder muss ich von hier kommen? Das kann auch sein. Nö. Hm, keine Ahnung. Hm. Oder wir gehen jetzt mal hier lang. Heute ist auch eine rote Tür. Super. Und da auch. Das ist gar nicht gut. Puh. Ja, keine Ahnung. Hm. Hm. Ah, hier gibt's ein Geheimnis. Gut. Okay, die Tür ist auch zu. Okay, aktiviere ich mal die Powerbombe. Vielleicht muss ich die Krebse töten. Okay, mit Rakete. Warum kann ich jetzt hier ein? Das ist die Frage. Hier gibt's doch nichts. Hä? Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Oder war das jetzt ein Fehler, dass ich die Krebse so gemacht habe? Mal gucken. Ich lasse mal die Parasiten erstmal rumklingen. Ah, ja. Da haben wir's doch. Ah ja. Die Tür blinkt. Ah ja, das war der Trigger. Okay. No, no, no. Dann aktiviere ich die Powerbombe. Oh, ein Energietank. Sehr gut. Haben. Danke. Sonst gibt's hier nichts. Tatsache. Aber wo geht's denn jetzt hier weiter? Bitteschön. Oder muss ich doch den Navigationscomputer wieder ansprechen? Das kann natürlich auch sein. Aber dann hätte ich einen Weg vor mir. Weil ich bin ja hier unten. Ich weiß es nicht. Ja, ich probiere noch ein bisschen aus. Und wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, dann...